Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittwoch, der 31. Januar 2018 und ihr hört die Geek Talk Daily 300. Ja genau, nach einem Jahr und zwei Monaten oder anders gesagt 60 Wochen und sechs Tage oder in Tage einzeln ausgedrückt, 426 an der Zahl, haben wir die 300. Folge erreicht. Wir senden ja täglich Montag bis Freitag für euch, sofern kein Feiertag oder sonstige Geschichten dazwischen sind, die nicht ganz so passen. Aber ja, genug der Lobhudelei in eigener Person. Ein Kompliment an der Stelle natürlich an den Achim und auch natürlich an den Jan, der bis letztes Jahr im Dezember noch mit dabei war. Ja, es geht los. Was habe ich heute für Themen für euch? Flipchart, Postfinance, Alcatel, Übernahme abgeschlossen, Familieneinkäufe, Vienna, Online und OneDrive. Wir beginnen mit Samsung. An der CES vorgestellt, bei mir ein bisschen untergegangen, liegt aber auch daran, dass es ein Business-Teil ist, ist das Flip. Ein Flipchart in digitaler Version. Ihr kennt das sicherlich, Papier, viel Abfall und so weiter. Vor allem nicht die Möglichkeit zum Scheren und so weiter. Samsung will das Ganze revolutionieren und bringt einen grossen Screen raus, den man mit allem Möglichen bepinseln kann. Man braucht ja nicht einen speziellen Stift, kann auch mit irgendwelchen Fingern, mit Essstäbchen oder einem Zahnstocher drauf rumkratzen, kann da Bilder einfügen etc. Viel Multimedialer arbeiten und andere Möglichkeiten. Und vor allem das Ganze lässt sich nachher auch teilen, via USB-Stick, E-Mail oder wie auch ihr immer dann das Ganze machen möchtet. Klingt spannend, gibt es ab, und jetzt fängt es an, 3690 Franken an. Zumindest ein bisschen teurer als ein alter Flipchart, aber natürlich auch mit viel anderen Möglichkeiten. Ich möchte mir so einen Teil mal anschauen. Ich muss mir da eh mal was überlegen, mit so einer Möglichkeit an die Wand zu schreiben. Aber ja, PostFinance, die möchten über Ostern das Kernbankensystem, was auf dem ganz, also auf dem, was ihr System beruht, ändern und zwar komplett. Da wird alles ausgetauscht. Für 150 Millionen Franken haben sie sich da einiges eingekauft. Nicht hier in der Schweiz, sondern in Indien. Dabei wird Kunden von 4,8, also von 4,8 Millionen Konten werden umgestellt. Und ja, die Hoffnung bleibt, dass das Ganze nachher ein bisschen moderner und vor allem auch funktionabler ist. Denn aktuell ist ja so, oder zumindest im letzten Jahr hatten wir extrem viele Ausfälle, was das anbelangt, bei der PostFinance. Das ist viel mehr als bei anderen Banken. Und da ist die Hoffnung natürlich groß, dass das sich ändern wird mit dem neuen System. Finger crossed. Alcatel, mögt ihr euch noch an den Smartphone- oder vor Smartphone-Zeit-Hersteller erinnern? Gut, sie hatten auch das eine oder andere Smartphone im Angebot, aber die sind nie so groß aufgetaucht. Zumindest in unseren Gefilden nicht. Und jetzt wurde bekannt, dass die begonnen haben, oder dass da wahrscheinlich eine Core-App, und zwar die Gallery-App, also die Bilder-App, wo ihr die ganzen Bilder verarbeitet oder besser ansehen könnt, verkauft haben und oder outgesourced haben. Da ist man aktuell noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall ist da ein Update mit rausgeflogen und neu hat die App Werbung drin. Und sie möchte plötzlich Zugriffe auf eure Geräte-ID haben, auf eure SMS etc. Also liebe Leute, wie ich vor kurzem, es war glaube ich Anfang dieses Jahres, schon mal gesagt habe, wenn ihr ein Android-Smartphone habt und Apps nutzt, natürlich auch unter iOS, schaut euch bei den Updates immer an, was ihr euch da reinholt. Denn das ist nicht mehr eine Gallery-App, die nennt sich jetzt Candy-Gallery-App. Wer also ein Alcatel-Smartphone hat, sollte sich das mal ein bisschen genauer anschauen und oder sich natürlich dann nach Alternativen umschauen. Beim Smartphone, aber auch bei der App, je nachdem und nach Belieben. Vor vier Monaten gab es die grosse News, dass Google, zumindest die Mitarbeiter und den Part von HTC übernimmt, was den Bereich Smartphone anbelangt. Und das Ganze ist jetzt abgeschlossen. Die neuen Mitarbeiter von HTC wurden jetzt unter dem Dach vom Internet-Giganten eingewiesen und integriert und machen sich gleich an Verbesserungen. Denn an den Pixel-Geräten, die zwar von LG kommen, aber auch teilweise natürlich von HTC, gibt es einiges zu verbessern. Und wir dürfen gespannt sein, was da in nächster Zeit noch so rauskommen wird. Die Google I.O. ist ja schon bald. Wer weiß, wer weiß, vielleicht gibt es ja schon da die ersten Neuigkeiten aus dem Hardware-Sektor. Unter dem neuen iPhone X, wie auch immer man es nennen mag, hat eine Möglichkeit gefehlt, die viele sich gewünscht hätten. Und da kommen jetzt eher Familienväter und Mütter ins Spiel. Denn wer Familieneinköpfe reglementiert, kann festlegen, dass wenn zum Beispiel, haben wir so, unsere Kinder eine App kaufen möchten, wir als Eltern zuerst angefragt werden, dürfen die das? Das Gleiche zählt für In-App-Purchase. Bei den älteren Smartphone-Reihen aus dem iPhone-Bereich mit dem Touch-ID-Sensor konnte man das Ganze mit dem Touch-ID kurz bestätigen und gut war. Leider hat Apple das Ganze nicht mit Face-ID umgemodelt. Das wurde jetzt nachgereicht und ab sofort können auch Familieneinkäufe via Face-ID-Check kurz freigegeben werden. Richtig so. Kostenfreier RSS-Reader gesucht. Vienna ist einer dieser zahlreichen RSS-Reader, die es so gibt auf dem Mac OS. Und die haben jetzt endlich ein großes Facelift bekommen. Nach vielen, vielen Jahren wurde das Ganze jetzt ein bisschen angepasst an die Apple-Design-Richtlinien und auch mit ein paar neuen Features ausgestattet. Wer auf der Suche nach einem RSS-Feed für ein Mac OS ist, sollte sich das mal anschauen. Dann haben wir eine neueste Zahl von der Narhut-Suite-Plattform Tochter. Die Digitalagentur VR Social will ermittelt haben, dass mehr als die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung das erste Mal jetzt online ist. Also über 4 Milliarden Menschen sind online. Das sind 7% mehr als im letzten Jahr. In Afrika gesehen, einem Entwicklungsland, was das anbelangt, sind es sogar 20% mehr als im letzten Jahr. Also da ist ein sehr, sehr starker Wachstum. Und ja, immer mehr Leute ans Internet, finde ich gut. Sollte weiter so gehen und vor allem auch den Ärmsten zu erarmen, eine Möglichkeit gegeben werden, sich auch im Internet zu partizipieren. Zum einen natürlich, um sich weiterzubilden, aber natürlich auch, um auf dem Laufenden zu bleiben. Musik-Streaming. Da gab es eine neue Entscheidung, dass in den Staaten die Lizenzgebühren von 10 auf 15% steigen sollen. Das heisst, den Anteil, den die ganzen Verwerter im Hintergrund bekommen, nicht die Hersteller. Und das Ganze könnte jetzt endlich noch mehr Druck auf Spotify ausüben. Und da ist ja schon lange im Verruf, die bieten das Ganze ja kostenlos an. Generell auch die Erweiterung oder die Kostenerhöhung ist natürlich für Spotify deutlich schwieriger umzusetzen. Genauso aber auch für Pandora und Ähnliche. Da haben Amazon mit ihrem eigenen System, Google und Apple natürlich viel die grösseren Vorteile. Denn die haben ja eine andere Einkommensquelle. Die müssen sich da nicht nur auf Streaming abstützen. So, bevor ich mich noch total verhaspel, noch die letzte News des heutigen Tages. Und das ist OneDrive. Für iOS hat in der Version 10.1 ein Design-Update bekommen. Wer die Android-Version auch nutzt, kennt das Design sicherlich. Denn jetzt wurde für iOS das Android-Design übernommen. Oder anders gesagt, Microsoft hat in den letzten Monaten begonnen, das Ganze auf den mobilen Plattformen anzupassen. Bei Android ist es schneller passiert. Und jetzt endlich auch bei iOS. Das Ganze wird übersichtlicher. Und ihr habt auch zusätzliche kleine Geschichten in der Sharing-Funktion von iOS mit drin. Neu werden zum Beispiel bis zu 270 Dateitüten unterstützt. Und so weiter. Wer auf iOS OneDrive nützt, sollte sich das Update unbedingt runterladen. Ja, das war's jetzt mit den ganzen News, die ich für euch heute bereit habe. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Euch bis dahin einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Und vielen Dank für all diejenigen unter euch, die uns schon seit langem die Treue halten. Wie gesagt, 300 Sendungen Geek Talk Daily. Herzlichen Dank euch allen. Im Namen von Tim. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.